Erst wenn Menschen miteinander sprechen, werden auch im Gebäude die Dinge miteinander sprechen. Das ist ganz klar unsere Perspektive beim Building IoT. Wir als Furniss Contact betreiben weit über 100 Gebäude in der Welt. Wir planen sie, wir bauen sie und betreiben sie auch. Dort liegt der Betrieb über die Jahre uns sehr am Herzen. Wir haben den Nutzer klar im Fokus. Wir vernetzen die unterschiedlichen Gewerke in den Gebäuden und das erzeugt einen gewissen Mehrwert für mich. Wir haben viele Daten. Diese Daten sind für mich das Grundmindset für die Zukunftsthemen der KI und der Robotik, die sicherlich in den nächsten Jahren im Gebäude Einzug halten werden. Diese Perspektiven helfen uns extrem in Richtung Klimawandel und bei dem effizienten Betrieb der Gebäude. Über diese Perspektive würde ich gerne in Düsseldorf Anfang November berichten. Ich freue mich auf die Veranstaltung.